Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Animation, Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Entgleich Yo Leute, also erstmal muss ich eine Sache machen, aber das machen wir dann ganz zum Schluss Da würde ich noch mal hier wenigstens ein paar Packs, oh Mythic Bobby ist am Start Hier in Mamas Altmoja Geheimnisschatulle, das ist natürlich jetzt extremst verlockend Aber die Gefahr ganz viele Gems einfach zu verpulvern für nichts und wieder nichts ist halt immens so Und da ist es mir einfach echt nicht wert Cognac Tire Box mit Cognac Bender, Thunder Cocktails, Francine Smith, Beer Festival, Wine Trio und Bill Daughtery Hier diese ganzen Kombos, ja, ich bin jetzt nie so begeistert von dieser Box Die Space Tire Box mit Laser Guns, Stui Pantry Guns, Philip J. Fry, Peter, Neil Goldman und Planet Express Schiff Plus eben diese ganzen Kombo-Möglichkeiten hier Da ist auch Space Honey Macht echt am meisten Sinn, nur für diesen Space, für diese Space Challenge Ansonsten ist es nicht so interessant Dann Mythic Dale Pack mit Gossen Trunkenball, Jelly Bean Schnaps, Wine Trio und Francine Smith Da gefallen mir weder der Dale noch die Francine Smith Dann hätten wir hier als nächstes die Thunder Party Box mit Party All Time Thunder Cocktails, Jelly Bean Schnaps, Party im Bier Tank, Eugene Belcher und Philip J. Fry Und hier muss ich sagen, diese Box ist wirklich mal eine coole Box Die finde ich geil, die Thunder Party Box ist echt gut So, dann sind wir hier auch schon durch Dann sind wir auch schon in der Kombo Masteryrie angelangt Dann haben wir den Frykowski als allererstes hier Ich kann mich auch daran, früher den Frykowski ganz am Anfang sogar sehr gerne gespielt zu haben Das ist unfassbar Aber wahr Schau mal, da ist er der Frykowski mit Punch und mit einer Bombe Wenn wir das Ganze hier mal maxen würden Die Propane habe ich ja auch gerne gespielt Mein Gott Auch hier so interessant Die Propane Die graue Propane stärker im Endeffekt hier als da mit Burger Boss Mit der grünen Da hast du nämlich oben 13 Punch und 12 Bombe Und hier hast du nur 12 Punch und 11 Bombe Hast du auch mehr Angriff da oben Ei, ei, ei Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Das waren noch Zeiten, als man da noch mit Grace ankam So, Hot Tubbin Bobby Hier mit Ja Mit der Powertucker Patriot Ale beispielsweise Mit Absinthe Mit Malteser Liquor Und das ist alles nicht so toll Also Du kriegst zwar Angriffspunkte mit hinzu Wenn eine Kommung gespielt wird Du hast Alle heilen Aber eben auch wieder nur eingeschränkt Und ach komm, das ist alles Alles Rotze Der Hot Tubbin Bobby Ist meiner Meinung nach Eine der schlechtesten Bobby Kombos, die es gibt Dann schauen wir mal hier rein Da haben wir das Blueberry Delivery Girl Oder die Blaubeeren Lieferantin Ist tatsächlich eine Tina mit Geldkarten Fragt mich nicht, wie man darauf kommt Hier mit Lämen Mit Blutsauger Und einem Burger Und dann hast du also heilen Dann hast du 17 Angriff 53 Solltest du das Ding gemaxed haben Das ist so auch nicht viel stärker Ja Also ich bin jetzt kein mega Fan von dem Blueberry Delivery Girl Also ich habe auch diverse Also ich spiele gerne die Tina Aber Blueberry Delivery Girl ist jetzt nicht so unbedingt die Kombo, die ich da gerne einsetze So So und Last And Least Muss ich echt so sagen Das ist der Helicopter Stand Und dann kommt dann hier Das geht sogar nur mit dem Peter Copter Und selbst mit der Mythic Version kriegst du dann eben nur das raus Also die heutigen Ähm Kombo Masteries waren echt für die Füße Sollen wir noch eins machen Wir werden jetzt mal hier oben die da zumindest mal verballern Ähm Gehen wir mal da rein Weil 300.000 kommen Die klatschen wir jetzt mal weg 300.000 Gucken wir mal Vielleicht kriegen wir erwähnt es noch eine legendäre raus Schauen wir mal was passiert Zumindest mal dass ich wenigstens wieder da oben neue Coins mit hinzubekommen kann so Dann lassen wir das Ding einfach mal rattern Dann haben wir hier mit Äh 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 Kaffee hab ich zwischendrin Drogen hab ich zwischendrin gesehen Baseball einen Hank Jaä選 Seidberg Jetzt sind wir schon bei die Grün Da war ein Bürgerboss dazwischen Ein Bob und eine Louise das ist echt armseligst, armseligst, also das ist, komm, wenn, dann gehen wir jetzt rein, jetzt holen wir uns noch wenigstens die eine Legi da, täglich 9 bis 5, super, musste ich nur noch das da machen, so, jetzt gehen wir mal da rein und dann schauen wir mal, genau, ich recycle jetzt mal den ganzen Schmoderer-Dodge, wobei, das gefällt mir eigentlich nicht, ach komm, scheiß drauf, ballern wir die auch noch, wir ballern das jetzt alles weg hier, ballern das alles weg, los, nicht löschen, klicken, was weg ist, ist weg, so, und dann, egal, wir machen das jetzt, wir holen uns jetzt die restlichen 200 noch, jetzt muss ich wieder eine Karte so holen, und dann hole ich mir die restlichen 199, ich habe hoffentlich aufs Richtige gedrückt, das war hoffentlich nicht das Grüne jetzt eben, war so lange, wie er da braucht, ja, so, dann lassen wir es einfach jetzt noch durchlaufen, dann schauen wir mal, es sind jetzt nochmal 200 Karten, 199, vielleicht ist jetzt noch was anständiges mit dazwischen, ach, du Scheiße, okay, das war es jetzt von diesem Daily Shop Video, ich habe jetzt mal auf die schnelle 500 Karten verballert, hat sich nicht gelohnt, Schrott, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es jetzt mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Animation Throwdown, mit mir dem Herrn gleich, schaut rein, macht es gut, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich roche mir,agineinar, bis zum nächsten Mal.